Worauf müssen Sie achten, wenn Sie einen Sprecher engagieren möchten? Wer ist Ihre Zielgruppe? Der Sprecher oder die Sprecherin, die Sie buchen, sollte in irgendeiner Weise zu Ihrer Zielgruppe passen. Wenn Ihre Zielgruppe beispielsweise männliche Teenager zwischen 13 und 16 sind, passt eine reife Frauenstimme Spielalter 60 plus höchstwahrscheinlich nicht besonders gut. Es sei denn, Ihre Botschaft hat einen entsprechenden Frame. Welche Wirkung möchten Sie erzielen? Wie ist Ihr Firmenimage? Gediegen und seriös oder unkonventionell und locker? Begegnen Sie Ihren Kunden mit demütigem Respekt oder eher kumpelhaft? Kann Ihr Wunschsprecher einen von Ihnen favorisierten Duktus annehmen? Dynamisch und energiegeladen oder eher ruhig und sachlich? Wenn Sie sich unverbindlich beraten lassen möchten oder ein kostenloses persönliches Demo wünschen, kontaktieren Sie uns jetzt.